Hallo, in einem vorherigen Video habe ich schon mal gezeigt, wie man diese wunderschöne Aufgabe hier, in der es um die Kopplung von zwei Netzanschlusspunkten über eine Leitung geht, die mir auch ein Student per E-Mail zugeschickt hat. Vielen Dank nochmal dafür, wie man diese Aufgabe von Hand lösen kann und das, was ich jetzt in diesem Video zeigen will, ist, wie man das Ganze nochmal im Netzwerksimulator LTSpice macht. So, wenn man den nicht kennt, den kann man sich auf der Internetseite von Analog Devices runterladen, hier bei Design Tools and Calculators, LTSpice, früher mal von Linear Technology herausgegeben und dann sieht man, es gibt es für Windows und für Mac, wenn man einen Linux-Rechner hat, muss man das irgendwie mit Wine simulieren. So, und wenn man das dann installiert, dann sieht das Ganze so aus und jetzt mache ich mal mein Kamerafensterchen ein bisschen kleiner, dass ich hier mehr Platz habe und ziehe das hier mal vielleicht auf diese Seite, dass man hier nebenan noch die Schaltung sieht. So, und Programm frisch installiert und gestartet, sieht ungefähr so aus und wie immer macht Windows hier wundersame Dinge mit der Größe, dritten Einstellung dieses Bildes, aber jetzt geht es so langsam. So, und dann klickt man hier auf dieses Fältchen für New Schematic, dann verschwindet dieser Hintergrund und jetzt müssen wir einfach die Schaltung von hier drüben nachbauen und fangen vielleicht mal an mit Widerständen. Die findet man dort oben, die sehen so aus, das ist das amerikanische Schaltsymbol für den Widerstand und er zeigt jetzt in die falsche Richtung mit STRG R auf der Tastatur. Das steht auch hier unten in dieser Ecke, da von dem Fensterchen kann ich das drehen und ich drehe den jetzt einmal und ich drehe den jetzt noch zweimal. Warum? Naja, weil das sieht man dem jetzt nicht an, aber so wie der jetzt zeigt und gedreht ist, zeigt der Strom oder wird der Strom, der dadurch fließt, nach links gerechnet und jetzt nach oben und jetzt nach rechts. Das ist so ein bisschen a priori Wissen. So, und wenn man wieder aus dem Widerstandszeichenmodus rausfällt, drückt man Escape auf der Tastatur. Machen wir das gleiche noch für eine Induktivität, die findet man dort. Die drehe ich jetzt nur einmal, weil dann der Strom nach links zählt und da möchte ich mal diesen Strom haben, der hier eingezeichnet ist und der hier I21 heißt. Also hier, damit ich am Ende irgendwie gut an diesen Strom rankomme, denke ich mir, den Strom, der durch die Induktivität fließt, in diese Richtung und der Strom, der durch den Widerstand fließt, den möchte ich tatsächlich so in diese Richtung haben, wie es hier eingezeichnet ist. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch diese beiden idealen Spannungsquellen. Da sieht man, da gibt es hier oben jetzt irgendwie kein Symbol dafür, aber es gibt dieses hier und das heißt Component und da findet man alle möglichen anderen weiteren Komponenten, unter anderem auch eine Spannungsquelle, die heißt Voltage. Die sieht jetzt anders aus als das Schaltsymbol da drüben, aber das ist egal, die können wir auch auf Wechselspannung einstellen. So und die packe ich mal hier hin für die Quelle 1 und hier drüben hin für die Quelle 2 und die haben dann schon die richtige Richtung, so wie das hier drüben eingezeichnet ist, von oben nach unten, Plus und Minus, das passt schon. Dann brauchen wir als nächstes das Verdrahtungstool, das gibt es hier bei Wire und dann kann ich das einfach so einmalig rumverbinden, das war jetzt ein bisschen zu weit. Wenn man wieder Draht löschen will, drückt man die Entferntaste auf der Tastatur, dann kann man da wieder so ein Drahtstück wegschneiden und dann sieht man, wenn man das richtig verdrahtet, dann sollten diese leeren Lötpads, nenne ich das mal, die sollten eben verschwinden und dann sollte das angeschlossen sein. So, jetzt müssen wir den ganzen Bauelementen hier noch Werte geben und das geht immer, indem man mit der anderen Maustaste da drauf klickt und ich klicke mal hier drauf und stelle mal jetzt eben ein für den Widerstand, das soll ein 1,7 Ohm sein. Das ist auch ganz spannend eigentlich, dass, obwohl das ja hier drüben eine deutsche, deutschsprachige Aufgabe ist, dass hier ein Dezimalpunkt und kein Komma verwendet wird, das ist mir bei der anderen Lösung gar nicht so aufgefallen, obwohl ich sonst so auf, sehr auf so kleine typografische Details achte. Hier muss man auf jeden Fall jetzt einen Punkt einstellen, weil das eben ein amerikanisches, englisches Programm ist. So, für die Induktivität, tja, das ist jetzt schon wieder trickreich, da kommen wir gleich mal drauf, da müssen wir uns jetzt nämlich gleich noch was überlegen, wie wir diese 12 oben dort einstellen und auf jeden Fall brauchen wir jetzt hier diese Quellen und hier kann man, wenn man erstmal mit der anderen Maustaste drauf klickt, einen Gleichspannungswert einstellen, wir wollen aber ja eine Wechselspannungsquelle haben, also gehen wir hier mal auf Advanced und dann heißt das Sauberwort hier Small Signal AC Analysis, also auch wenn 190 Volt und 200 Volt jetzt nicht wirklich kleinen Signale sind, aber das, was hier gemeint ist, ist ja sehr vielleicht auch ein bisschen verwirrend, ist komplexe Wechselstromrechnung, also das, was sich hinter diesem Punkt AC verbirgt, ist das Rechnen mit komplexen Zeigern. Und da stellen wir jetzt eben ein, die 190 Volt als Amplitude, da ist jetzt natürlich die Frage, ja, ist das jetzt effektiv wert oder ist das Spitzenwert, wir stellen da jetzt mal diese Spitzenwerte ein, gucken mal, ob am Ende die richtige Leistung in der richtigen Größenordnung und so rauskommt, ansonsten schreiben wir da noch eine Wurzel 2 davor vor. So, und bei AC Phase müssen wir jetzt diesen Phasenwinkel hier einstellen, und zwar den, wenn man die Cosinus-Funktion schon, wie ich in dem vorherigen Video gezeigt habe, eine Sinus-Funktion umgerechnet hat und dann kam da Pi Drittel raus, also nämlich Pi halbe Phasenverschiebung zwischen Sinus und Cosinus minus diese Pi Sechstel. Ein halb minus ein Sechstel ist ein Drittel und ein Drittel Pi im Bogenmaß sind 60 Grad im Gradmaß. Das steht ja auch nicht, dass mit Phase, dass das in Grad gemeint ist, aber das ist so. Also klicken wir das mal so hin, dann steht da eben das da, genau das gleiche brauchen wir jetzt noch für die zweite Quelle und die hat eben 200 Volt als Amplitude oder eben eher als Spitzenwert und Pi halbe sind 90 Grad. So, okay. Man könnte jetzt mal, wir könnten mal rasch in der Hilfe nachschauen, was da bei V steht, bei Spannungsquelle Voltage Sources. Also hier ist sozusagen zeitabhängige Sachen, zeitabhängige Sachen. Tja, und Time-Dependence-Signal, so richtig steht hier immer noch nicht was. Also diese Hilfen sind manchmal for AC Analyzers. The value of AC is used as the amplitude of the source. Tja, Amplitude ist eben die Frage, ne? Ist das Spitzenwert oder Effektivwert? Also Amplitude würde man eigentlich eher sagen, ist eher Spitzenwert. Tja, aber von Phasenwinkel, ob das jetzt nur Grad ist, ich weiß nicht, ob man auf der Seite suchen kann, kann man mal probieren. Also von, also zumindest wenn man Phasenwinkel für zeitabhängige Sachen einstellt, dann ist es in Grad gemeint. Keine Ahnung, das werden wir gleich sehen. Aber auf jeden Fall spuckt einem dieses Programm Ergebnisse in Grad raus. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das auch die Eingaben der Phasenwinkel in Grad sind. So, jetzt sieht man, das geht hier so ein bisschen über den Bildschirmrand raus. Wenn ich mal Space drücke auf der Tastatur, dann wird die Schaltung eben so skaliert, dass die hier gut drauf passt. Und jetzt zoome ich mal wieder so ein bisschen rein und raus, dass die hier oben ist. Und jetzt, tja, jetzt müssen wir uns noch über diese Induktivität hier Gedanken machen. Und das mit der Induktivität ist tatsächlich so ein bisschen trickreich, weil hier steht ja schon ein Blindwiderstand, eine Reaktanz und nicht direkt eine Induktivität. Jetzt können wir, also, und das, was sich hier hinter verbirgt, ich nehme jetzt mal vielleicht grau als Farbe, das hatte ich noch nicht. Also, das, was sich hier hinter verbirgt, ist ja ein Omega L. Und wir brauchen jetzt ein L. Das, was wir in LTSpice einstellen können, ist nur eine Induktivität. Also können wir so einen kleinen Trick machen und können zum Beispiel das Omega mal zahlenwertmäßig auf 1 setzen. Oder eben auf 1 durch Sekunde. Und wenn man das Omega auf 1 setzt, naja, dann ist eben das L zahlenwertmäßig genauso groß wie das XL. Also können wir jetzt sagen, das L ist in dem Fall einfach 12 Henry. Wenn ich 12 Henry mal 1 durch 1 durch Sekunde rechne, dann kommen genau 12 Ohm raus, weil Henry sind ja Volt Sekunden pro Ampere oder eben 12 Ohm Sekunden. So, also, wir setzen das Omega auf 1. Und wenn wir das Omega auf 1 setzen, Omega ist ja das gleiche wie 2 mal Pi mal F. Dann müssen wir das F eben auf 1 durch 2 Pi Hertz setzen. Das muss man als Frequenz einstellen. Und man hätte das jetzt auch anders machen können. Wir hätten uns jetzt auch irgendwie eine andere Frequenz denken können. Zum Beispiel 50 Hertz. Das ist ja ein Netz. Sehr, sehr sicher wird das mit 50 Hertz funktionieren. Aber dann hätten wir eine andere Indulaktivität einstellen müssen. Vielleicht machen wir das mal. Dann können wir vielleicht einen sinnvolleren Frequenzbereich einstellen. Also das wäre eine Möglichkeit, das zu machen. Ich nehme mal noch hier einen anderen Stift. Also Variante 2 ist, wir setzen zum Beispiel F auf 50 Hertz. Dann können wir daraus ein Omega ausrechnen. Omega ist dann immer noch 2 mal Pi mal F. Das sind, sagen wir mal, 314,15, 1 durch Sekunde. Und dann können wir das L ausrechnen. Das wäre eben entsprechend der Gleichung hier oben XL durch Omega. Also wenn ich jetzt XL durch das Omega rechne, dann kommt da ein Zahlenwert raus für die Induktivität. Den kann ich jetzt noch mal wieder in Oktiv ausrechnen. Und tippe mal dort ein, wenn es denn so weit geladen ist. F sind 50, Omega ist 2 mal Pi mal F. Und XL waren 12 Ohm und das L sind dann eben XL durch Omega. So, und das rechne ich vielleicht mal noch mal 1E3 um in Milli-Henry. Und dann sind das 38,197 Milli-Henry. Ja, und den Zahlenwert hier, den kann ich mir auch mal kopieren und kann ihn gleich in meinen LTSpice einfügen. So, also machen wir das so auf die Art und Weise. Und das sind jetzt Milli, die muss ich da noch angeben. Und ich mache mal, hier unten steht so, Serious Resistance defaults to 1 Milli-Ohm. Klar, die 1 Milli-Ohm sollten im Vergleich zu den 1,7 Ohm jetzt nicht so einen riesen Einfluss haben. Ich setze die mal trotzdem händisch auf 0, damit wir vielleicht wirklich exakt das Gleiche rauskommen, wie in der händischen Rechnung zuvor. Okay. So, dann können wir mal versuchen, auf dieses kleine Männchen zu klicken, um die Simulation zu starten. Und jetzt hat man hier verschiedene Parameter für die Simulationen, die die Option, die wir jetzt haben wollen, nennt sich AC Analyzes. Und hier kann man jetzt verschiedene Sweeps einstellen. Wir wollen jetzt mal nur die eine Frequenz berechnen, simulieren, die wir vorgegeben haben, nämlich die 50 Hertz hier unten. Und die kann man hier über so eine Liste einstellen. Und eine Liste kann auch nur aus einer Frequenz bestehen, nämlich in dem Fall 50 Hertz. So, und dann gibt es auch gleich eine kleine Fehlermeldung, nämlich der Schaltkreis hat noch keine leitfähige Verbindung zur Masse. Wir sollen bitte einen Knoten als Masseknoten kennzeichnen. Ich schiebe mal erstmal das hier so ein bisschen weg. So, und den Masseknoten findet man hier. Den können wir jetzt hier einfach irgendwo anschließen. Natürlich hier unten, an der Unterseite dieser Quellen. Und wozu braucht man den? Naja, das, was hier im Hintergrund stattfindet, wenn diese Schaltung simuliert wird, ist eine Knotenspannungsanalyse oder eine modifizierte Knotenspannungsanalyse, weil wir haben ja Spannungsquellen mit drin. Und für die braucht man einen Bezugsknoten, einen Referenzknoten, auf den sich immer diese ganzen Spannungen beziehen. Und der ist jetzt hier. Steht auch hier unten wieder, wenn man in diese Ecke schaut, this is ground. Und dann sieht man, die anderen Knoten, die wurden jetzt automatisch durchnummeriert. Das ist Knoten 001, Knoten 2 und Knoten 3. Und ich klicke jetzt erstmal auf Simulieren und wir gucken mal, was rauskommt. So, und jetzt müsste ich das mal wahrscheinlich mal kurz stoppen und nochmal auf die andere Seite rüberschieben, sodass wir auch nebenbei hier die Ergebnisse sehen. Das ist vielleicht ungefähr so. Und ich klicke mal auf Run. So, und dann kommt hier das Ergebnisfensterchen. Und dann sehen wir, also uns werden jetzt hier drei Spannungen ausgerechnet, nämlich die Spannungen an diesen Knoten. Und die sind immer bezogen auf den Bezugsknoten. Und dann sehen wir an dem Knoten 1 auf jeden Fall die Quellspannung von der ersten Quelle mit 60 Grad. An dem dritten Knoten hinten die Quellspannung von der zweiten Quelle. Dritter Knoten, zweite Quelle ist schon mal irgendwie blöd. Aber auf jeden Fall 200 Volt, 90 Grad. Und wir sehen, der Strom, der überall fließt, das sind diese 8,37 Ampere, die ich auch händisch ausgerechnet hatte, mit einem Phasenwinkel von minus 102,4 Grad. Das ist genau dieser hier. So, und zwar für den Strom IR1. Das ist der Strom hier. Und zwar in diese Richtung von links nach rechts. und in der Quelle V2 nach unten. Das ist so eine Konvention in LTSpice, dass der Strom in den Spannungsquellen in die gleiche Richtung zeigt wie die Spannung. Also andersrum als in dem Erzeuger-C-File-System, was sonst so genutzt wird. Und die hatte ich ja hier so umgedreht, dass der Strom hier in die andere Richtung zeigt, genau wie in der ersten Quelle. Also hier zeigt das nach dort in die Richtung und hier eben auch nach unten. Und dann kommt da natürlich in der Masche über der gleiche Strom raus, aber hier genau mit 180 Grad Phasenverschiebung. Also wenn man auf die minus 102 Grad, 180 Grad drauf rechnet, dann kommen genau diese 77,6 raus. So, das heißt, das passt schon mal ganz wunderbar. Und ja, jetzt könnte man, wenn man wollte, natürlich mit den Strömen und Spannungen, die man hier hat, direkt Leistung ausrechnen von Hand in Octave zum Beispiel. Man kann das jetzt mit so ein bisschen Tricks auch direkt in LTSpice machen. Und dafür benenne ich jetzt mal diese Knoten noch. Das geht hier oben mit diesem Label Net und packe hier mal eine 1 dran. Und hier hinten packe ich mal auch eine 1 dran, benenne die aber gleich um in eine 2. Und in der Mitte hier packe ich mal irgendwie ein M dran für Mitte. Das soll die Mitte sein in einer Schaltung. So, und wenn man jetzt wieder in diese linke untere Ecke schaut, dann steht jetzt hier dran, okay, das ist Knoten 1, das ist Knoten M und das ist Knoten 2. Ich habe denen jetzt feste Namen gegeben. Und wenn ich nochmal auf Simulieren klicke, dann tauchen die ja auch auf. Dann heißt das Knoten 1, Knoten M, Knoten 2. So, und jetzt kommt der nächste Trick. Eigentlich wollen wir das ja nur für diese eine Frequenz haben, aber wenn man nur diese eine Frequenz rechnet, dann zeigt einem LTSpice die Ergebnisse eben auch nur in dieser Art von Tabelle hier an. Wenn man jetzt mal hier mit der anderen Maus, dass du draufklickst und sagt, ich will zum Beispiel so einen linearen Sweep haben und ich möchte mal gar nicht so viele Frequenzen haben, ich möchte mal drei Stück haben und zwar vielleicht zwischen 59 Hertz und 51 Hertz, so um 50 Hertz ringsherum. Ich könnte auch mehr Frequenzen nehmen, aber ist eigentlich egal. Eigentlich interessiert mich nur die da in der Mitte. Aber der Trick ist, wenn man mehrere Frequenzen simuliert, dann bekommt man so ein Diagramm hier raus. Und in dem Diagramm kann man sich jetzt auch wieder Sachen anzeigen lassen. Und vor allem, wenn man diesen Diagrammmodus hat, dann sieht man, okay, jetzt kriege ich hier so einen Tastkopf, wie so ein Osteoskop, Spannungstastkopf. Mit dem kann ich eben Spannung messen und mir Spannung anzeigen lassen. Also ich könnte mal hier mir die Spannung anzeigen lassen. Okay, das sollten jetzt 190 Volt sein. Die werden hier in dB angezeigt. Das ist kein Problem. Da kann ich das mal umstellen auf logarithmisch zum Beispiel. Oder ich kann das auch in dem Fall natürlich auch umstellen auf linear. Und dann sehe ich, okay, das sind 190 Volt mit genau 60 Grad Phasenwinkel. Wenn ich das für die zweiten Links mache, zweite Quelle, 200 Volt, 90 Grad Phasenwinkel. Jetzt könnte ich das auch für die Spannung in der Mitte machen. Ist aber vielleicht gar nicht so entscheidend. Da kommen wir gleich drauf. So, und ich kann das hier auch für diesen Strom machen. Ja, und der Strom, der hat jetzt natürlich hier einen viel kleineren Wert. Das sind die 8, die hier unten angezeigt werden, mit eben den minus 104, irgendwas Grad, die das da waren. So, und also ich kann, ja, und jetzt sehe ich auch, also für die Ströme, um Ströme zu blotten, kriege ich so eine kleine Stromzange. Und hier zeigt der Strom wirklich nach rechts. Hier zeigt der Strom nach links. Deswegen hatte ich die Elemente vorhin so gedreht. So, und der Trick ist, den man jetzt eben nutzen kann. Also, ne, ich klicke mal hier oben wieder auf Escape und lösche die mal raus, die Sachen, die wir jetzt hatten. Hier sieht man auch, wie der Strom sich so ein bisschen ändert jetzt, wenn ich nur den Strom anzeige über die Frequenz. Was auch logisch ist, wenn ich größere Frequenzen habe, dann hat ja die Induktivität mehr Blindwiderstand. Dann sinkt der Strom zu höheren Frequenzen dann ab. So, ich nehme mal den Strom ja auch nochmal raus, dass wir ein leeres Diagramm haben. Gehe mit Escape aus dem Löschenmodus raus. Und jetzt kann ich bei Plot Settings hier Add Traces machen und kann so Sachen zum Plotten hinzufügen. Ach so, und eine Sache wäre vielleicht noch wichtig. Also, wenn ich jetzt hier die Spannung habe, dann ist das immer die Spannung von dem zu dem. Also, wir können jetzt, was wir vielleicht als erstes mal machen können, ist wieder diese Leistung hier ausrechnen, die von den Quellen zur Verfügung gestellt werden. Also, die Leistung an der ersten Quelle, die Leistung an der zweiten Quelle. So, und was muss ich dafür machen? Ich muss jeweils die Spannung von der Quelle nehmen und die mit dem Strom, der aus der Quelle rausfließt, multiplizieren, und zwar mit dem Konjunktkomplexen. So, also, ich ordne mal hier die Fensterchen nochmal an. So, und klicke jetzt mal drauf. Also, Spannung kriege ich hin, indem ich hier draufklicke. Und das war ja hier der Strom. Ja, also das ist die Spannung, das ist den Strom, den ich jetzt brauche in dieser Formel hier drüben. So, und den Strom merke ich mir mal, das war der Strom IR1. Den lösche ich jetzt wieder raus und klicke mit der anderen Maus das hier drauf. Und dann sehe ich, ich habe hier so einen Ausdruck und hier kann ich jetzt mal IR1 rechnen. Und ich muss ja nicht mal IR1 rechnen, ich muss mal das Konjunktkomplexe von IR1 rechnen. Und das Konjunktkomplexe kriege ich hier mit der gleichen mathematischen Funktion raus wie in Octave. So, und dann interessiert mich ja eigentlich genau der Punkt hier in der Mitte bei den 50 Hertz. Und deswegen klicke ich da mal drauf und dann kriege ich so einen Cursor. Und dann erscheint noch ein zweites Fensterchen. Bei mir erschien das jetzt genau auf dem umgekehrten Bildschirm. Na ja, so, und dann sehe ich, ist das so ein bisschen unvorteilhaft. Also ich kriege jetzt hier auf jeden Fall eine Leistung raus. Ja, hier werden jetzt KW angezeigt. Und ich kriege 1590 Kilowatt mit einem bestimmten Phasenwinkel von 162, irgendwas Grad. So, und also, tja, hier haben wir das jetzt eben dargestellt als Real- und Imaginärteil. Jetzt ist die Frage, ob ich das aus 80 Spice auch noch irgendwie als Real- und Imaginärteil rausgekitzelt bekomme. Ich versuche mal die Darstellung so zu ändern, dass ich das nicht als ein Bode-Diagramm habe, sondern als ein kathesisches Diagramm. Und dann sehen wir nämlich, okay, jetzt kriegen wir hier auf der Achse Realteil und hier drüben Imaginärteil. Wenn ich nochmal hier draufklicke und einen Cursor mir anzeigen lasse, okay, super, dann kriege ich das auch als Real- und Imaginärteil hin. Und dann sieht man, das passt genau. Das sind die 1151, irgendwas, die wir hier für den Realteil, für die Wirkleistung rausbekommen haben. Und 480, irgendwas, 481 für die Blindleistung. So, und das Gleiche kann ich jetzt natürlich nochmal machen, indem ich hier oben hingehe und sage Add Trace. Und jetzt möchte ich eben die zweite, halt den, die Spannung der zweiten Quelle haben und die multiplizieren mit dem Strom, der durch die Induktivität durchfließt, weil das der Strom ist, der genau die richtige Richtung hat. So, und dann kommt da natürlich eine ganz andere Leistung daraus. Wenn ich jetzt hier auch wieder draufklicke, bekomme ich auch wieder diesen Cursor. Und dann sieht man, dann sieht man, ach so, ach ja, und man muss es natürlich schon richtig machen. Also hier fehlt das Konjunktkomplexe. So, wieder Cursor draufgeklickt. Also, dann kriegen wir ja auch die richtigen Zahlenwerte raus, die 1634 Watt und die 359 Volt Ampere reaktiv. Okay, also auf die Art und Weise haben wir jetzt genau die Blind- und Wirkleistung in den beiden Quellen simuliert, auch in LTSpice. Wir haben jetzt so ein bisschen Tricks in dieser Anzeige. Und unter Nutzung dieser Cursor-Funktion kriegt man das da ziemlich schnell und gut raus. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie groß ist die Blindleistung und Wirkleistung, die jetzt in der Leitung verloren ging. Und ich meine, die kriege ich jetzt im Prinzip auf genauso eine gleiche Art und Weise raus, indem ich jetzt die Spannung nehme, die hier drüber abfällt. Also hier haben wir das ja über den Strom gerechnet. Strom zum Quadrat mal den Widerstand. Das könnte ich jetzt im Prinzip hier versuchen auch so zu machen. Ich versuche das mal auf eine andere Art und Weise. Ich versuche mal zu sagen, also ich nehme wieder auch die Spannung, die hier über dem Element abfällt und das multipliziert eben mit dem Konjunkt-Komplexen des Stromes, der da durchfließt. So, und Spannung, die hier drüber abfällt, also hier kriege ich die Spannung an dem Knoten, hier kriege ich die Spannung an dem Knoten. Jetzt könnte ich natürlich die Differenz dieser beiden Spannungen nehmen, um die Spannung über dem Element zu bekommen. Und man kann auch so einen Trick machen, wenn ich jetzt nicht hier nur einfach klicke, sondern klicke und gedrückt halte, dann kann ich so ziehen zu einem weiteren Knoten hierhin. Und dann kriege ich die Spannung V1m, die Spannung über diesem Element. Und hier klicke ich jetzt wieder drauf und rechne die eben wieder mal das Konjunkt-Komplexe von dem Strom durch dieses Element und zwei Klammern zu. Und dann ist das die rote Kurve. Wenn ich hier drauf klicke, dann sehe ich, dann bekomme ich die 118,99, 119 Watt als Wirkleistung, als Realteil dieser komplexen Leistung. Null-Imaginärteil, kleine Blindleistung, ist ja auch logisch, wir haben hier einen Widerstand. Da sollte das auch genauso sein. So, und genau mit diesem Trick kann ich das jetzt noch für die Induktivität machen. Hier habe ich mir durch die Induktivität den Strom jetzt in diese Richtung ausgerechnet. Deswegen wäre es auch schlau, wenn ich hier das jetzt so mache, dass ich in diese Richtung die Spannung ziehe, also auch V2m, und die dann wieder multipliziere mit dem Konjunkt-Komplexen von dem Strom durch diese Induktivität L1, zwei Klammern zu. Dann ist das die türkise Kurve hier oder wie auch immer man diese Farbe nennen möchte. Und dann klicke ich da mal drauf. Und dann sieht man, okay, hier haben wir jetzt einen Realteil bekommen, interessanterweise, von minus 85, irgendwas. Da muss man aber auf die Einheit gucken, das sind Femto Watt. Femto sind 10 hoch minus 15 oder sowas, 10 hoch minus 18, keine Ahnung. Auf jeden Fall was ziemlich, ziemlich Kleines. Nano ist 10 hoch minus 9, Pico ist 10 hoch minus 12, Atto ist 10 hoch minus 15, Femto sollte 10 hoch minus 18 sein. Also es ist wirklich super, super klein. Und es kommt auf jeden Fall der richtige Imaginärteil raus von den 840 Volt Ampere Reaktiv. So, und damit haben wir jetzt alle Leistung bestimmt in dieser Schaltung. Und ich meine, ja, also über noch ein paar Tricks könnte man jetzt, wenn man wollte, bestimmt auch noch diesen Wirkungsgrad hier direkt in LTSpice ausrechnen. Da würde ich sagen, okay, man könnte am Ende auch einfach wieder einen Taschenrechner nehmen oder Aktiv nehmen und das ausrechnen. Was ansonsten eben auf jeden Fall relativ schön und relativ einfach geht. Wenn man weiß, wie es geht oder wenn man sich diese ganzen Tricks hier irgendwie zunutze macht, Leistung, komplexe Leistung ausrechnen, Wirkleistung, Blindleistung ausrechnen aus so einer Schaltung, mit komplexer Wechselströmrechnung im Hintergrund. Das geht in LTSpice auf jeden Fall auch ziemlich gut und ziemlich einfach.